hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble so wie immer noch wieder die jagd nach dem ticket erst mal schraub war letzte woche gewonnen haben preise ansehen war das stündlich gucken wir mal ich glaube ich hätte dann bestimmt nach wie ich leider nicht gewonnen wieder nichts gewonnen also jetzt wieder weiter ich mache das so lange bis ich weiß gewonnen habe mal schauen wie viel jahre es dauert das nächste spiel ist red shadow league ein stadt war mal ich muss es uns sagen also ich sag mal bis gleich so installiert ist es und so schönes video so 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 Das war's für heute. Oh, der Post. Okay. I thought these champions may have been the ones. Hmm. Bow Schütze. Ich mag Bow Schützen. Die hat ja gar nichts hier gemacht. Nur gestorben. Ich hatte geglaubt, diese Champions werden die ausgewählt. Werden einen ersten Charakter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Oh, okay. Sie haben den ersten Champion entschieden, aber ein Champion ist Masur-Armier. Use ein Mystery Shard zu summonen einen anderen Champion aus dem Portal. Mystery Shards are now you to summon Common, Uncommon, und Rare Champions. Excellent, you summoned an Attack-Time Champion with great Attack and Support skills. Let's head to the Camping map and prepare your Champions for their first phase of combat. Okay, okay. Okay. Kapitalites. Eleven Generations of Peace had reigned between the kingdom of Karawak and the realm of Arabia. A Peace now shattered by King Tayba's brutal campaign of expansion into the neutral lands between the two kingdoms. Once revered as a pillar of justice, King Tayba had imposed crutching taxes to finance his war with its former ally, bringing desolation and ruin upon his own people. Had the King lost all reason? All the orders in the Arbiter, the company set out to persuade him to announce his folly and wayward policies. Even if it meant storming the very gates of Karawak Castle. Even if it meant storming the very gates of Karawak Castle. Power being left from Israel. Like all places in this area, there are multiple stages of dependence. You must repeat all stages to move forward with your journey. This is where you select your team who will do the only champions before each chapter. Each champion has unique skills and an affinity that makes them weak or strong against another affinity. Magic means spirit. Spirit beats force. Force beats magic. Void is special. Void champions have no direct weaknesses against other forces. You have only two champions. Let us pick your team. Well done. Notice that your leader has an aura skill. The arrows above each enemy's head show how your champion's affinity matches up against theirs. An affinity advantage means a more effective attack, more damage, and a higher chance to create it. That way. Oh. 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 Oh, yeah. Komm, jetzt mache ich den. 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 Und dann bin ich weg. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch.